Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. So, heute ist Tag 19. Mal gucken, was die 19. Challenge sein wird. Die 19. Challenge ist Kurzfilm im Bild. Okay, Kurzfilm im Bild. Ich überlege mir was dazu. Kurzfilm im Bild, da ich an dem Tag an auf Reisen war und nicht so viel Zeit hatte, habe ich probiert, das irgendwie unterzubringen, während ich am Reisen war und ich finde, wenn man sich Kurzfilme anschaut oder Filme allgemein, gibt es häufig so Bahn-Szenen, wo man so einen Waggon sieht und man kann dann raus aus dem Fenster gucken. Das war mein allererstes Still-Kurzfilm im Bild. Dann ging es weiter zum Hamburger Hafen, weil an dem Tag war ich in Hamburg und habe im Hamburger Hafen mit den Containern und den Kränen ein Foto gemacht, was für mich auch immer irgendwie so eine Szene für Film ist. Musik 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 Und mein abschließendes Bild für diesen Tag ist folgendes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017